Das ist eigentlich ein Fluss. Es hat sich so eine krasse Wolke über den Fluss gelegt. Und auch da hinten, seht ihr, ist alles in dieser Wolke verschwunden. Das kann mir keiner sagen, dass das normaler Nebel sein soll. Umgespricht hier also von Chemtrails, die durch die Regierung eingesetzt werden. Und er stellt die Hypothese auf, dass es sowas auf Mallorca, wo die Reichen wohnen, nicht gibt. Doch was sagt die Forschung zu seiner Theorie? Mit einer Sache hat er nämlich tatsächlich recht. Willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, klickt jetzt auf Abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Los geht's! Im Physikstudium macht man ein Experiment, was sich indirekt mit Kondensstreifen beschäftigt. Ich rede von der Nebelkammer. Eigentlich geht es in dem Versuch um radioaktive Strahlung. Also wir haben eine Kammer und durch das Rausziehen eines Kolbens erhöhen wir das Volumen der Kammer und erzeugen gleichzeitig einen geringeren Druck. Durchquert nun ein energiereiches Teilchen die Kammer, werden durch Stoßionisation einige Ionen erzeugt und die dienen dann als sogenannte Kondensationskeime, wodurch sich kleine Tröpfchen ablagern und Kondensstreifen entstehen. Und diese Kondensationskeime sind es auch, die für die Kondensstreifen hoch oben am Himmel zuständig sind. Aber da sind die Kondensationskeime keine Ionen, sondern Hust von Flugzeugturbinen. Eine ausführlichere Erklärung findet ihr beim Video von ClickZoom, wo ich heute dabei sein durfte. Ich verlinke es euch am Ende vom Video. Also zurück zu den Chemtrails. Das Ganze beruht auf einer Theorie aus den 90er Jahren und ist gar nicht so weit hergeholt. Laut der Theorie wollte das US-Militär Wetterbeeinflussung mit Hilfe von Flugzeugen vornehmen. Und zwar durch das Ausstoßen von chemischen Stoffen. Und es gab wirklich ein Strategiepapier mit dem Titel Weather is a Force Multiplier, Owning the Weather in 2025. Und das mit der Wetterbeeinflussung, das gibt es tatsächlich und es ist nicht ganz ungefährlich. Also konkret geht es darum, Regenwolken zu eliminieren. Das Ganze wurde zum Beispiel in Peking eingesetzt, damit bei den Olympischen Spielen gutes Wetter herrschte. Dafür wurden Regenwolken mit Silberjodid besprüht. Dies wirkt als Kondensationskeim und so bildeten sich Regentropfen und die Wolken regneten sich schon außerhalb der Stadt ab. Aber das Ganze hat krasse Folgen. So gibt es die starke Vermutung, dass der Wettereingriff in Peking später einen Schneesturm ausgelöst haben soll, der die Stadt in Chaos gestürzt hat. Das ist auch ganz logisch. Unser Wetter ist ein super komplexes System. Das sieht man schon daran, dass die Wettervorhersagen trotz modernster Technik immer noch extrem fehleranfällig sind. Ein so massiver Eingriff hat Folgen, die wir Menschen gar nicht vorhersagen können. Naja, aber bei den Chemtrails geht es ja darum, dass wir durch die Chemikalien beeinflusst werden. Silberjodid ist eine chemische Verbindung aus Silber und Jod. Mir ist eine Gefahr durch Silberjodid bekannt, aber nur eine und zwar Argerie. Das ist eine Krankheit, wo die Haut sich grau-bläulich färbt. Die tritt bei einer extrem hohen Dosis auf und mir ist nicht bekannt, dass sowas jemals in der Verbindung mit Kondensstreifen gesehen wurde. Aber wieso gibt es so viele Befürworter der Chemtrail-Theorie? Hierzu habe ich ein ziemlich cooles Papier gefunden. Es geht um Mustererkennung und die Forscher vom Amsterdam's Department of Experimental and Applied Psychology haben sich angeschaut, wie der Glauben an solche Theorien entsteht. Diese Forschung beruht auf verschiedenen Studien, in welchen Teilnehmer und Teilnehmerinnen nach Mustern in chaotischen Handlungen und Anordnungen suchen sollten. Zum Beispiel ging es um das Muster beim Münzworf. Das Ergebnis haben die Probanden erst einmal ein Muster erkannt, ist es sehr schwer, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Und das Ganze hat nichts mit rationalen Entscheidungen zu tun. Denn sowas wie ein Münzworf ist für uns Menschen nicht vorhersagbar. Und das Ganze ist doppelt schwierig. Denn gerade habe ich gesagt, dass es hier ja nicht rational zugeht. Aber das heißt nicht unbedingt, dass Verschwörungstheorien immer falsch sein müssen. Siehe die Überwachung der eigenen Bürger, die durch Snowden aufgedeckt wurde und lange Zeit als Verschwörung von der Regierung abgetan wurde. Oder die Theorie, dass die Erde um die Sonne kreist. Auch diese Ansicht wurde erst einmal nicht anerkannt. Oder halt auch das mit dem Wetter, was Jakob gerade angesprochen hat. Aber woher weiß ich nun, was eine Verschwörungstheorie ist? Mit völliger Sicherheit kann man das nicht sagen. Aber ein wichtiger Punkt ist eine Selbstreflexion. Wieso sollte etwas gemacht werden? Also im Beispiel Chemtrails könnte man sich fragen, ob es nicht deutlich einfachere Wege gibt, Chemikalien zu verteilen. Zum Beispiel durchs Trinkwasser, was wiederum eine andere Theorie ist. Und wie die Verschwörer es schaffen sollten, alle Flugzeuge mit Chemikalien auszustatten. Und es gibt noch eine zweite Sache, die bei Verschwörungstheorien helfen kann. Und das ist Bildung. Die Forscher und Forscherinnen der angegebenen Studie haben gezeigt, dass diese Mustererkennung von gebildeten Menschen schneller hinterfragt wurde. Und bei Chemtrails, da gibt es Messungen von Stellen wie dem DLR, die keine Besonderheiten in Kondensstreifen feststellen konnten. Und auch die Behauptung, die WHO hätte eine Warnung zu Chemtrails herausgegeben, wurde von diesen schon lange als Fake News geoutet. Aber es gibt etwas, was kein Fake ist und was man auch prima wissenschaftlich begründen kann. Und das sind die Extremfolgen von Kondensstreifen. Die haben nämlich extreme Folgen für unser Klima. Und da habe ich ein Video mit Clixoom gemacht. Und das verlinke ich euch jetzt hier. Klickt drauf und lasst gerne ein Abo da. Und wir sehen uns dann nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, euer Jakob.